Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 75 PS auf ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager